Was für einen Sinn hat. Der Arne wird sich ja mehr ausdauern und das brauchen und... Nö. Das ist halt die Frage. Nur, jetzt habe ich ja die Frage, ob sich Sloan dann auf die Verteidigung so verzichten. Wenn du das als Nordkampf vernehmst, dann darfst du halt nie getroffen werden. Nö. Das habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt. Sortieren. Angriffskraft. Na, dann tun wir das so. Da schaut das schon mal cool aus. Da muss man das Ding da erschwert nehmen. Rattalos, Rattalos. Dann kriegt du vielleicht einen Bonus, keine Ahnung. Versammlungsstätte. Also da war ich schon mal oben. Wie ist man denn? So. Äh, nicht ausziehen. Ohne der Versammlungsstätte schon. Ich probiere es sich da heißig gewesen. Ach so. Ja, ja, genau. Das ist ja so ähnlich wie unten halt noch. Aha. Soll ich halt auch... Nach, nach 20 Folgen komme ich drauf. Nö. Da kann man da mitschauen, ne? Das ist ja ein Mundstätte. Ah, in der ist es ein bisschen seltsam. Zu Jagdentreffen kein Arena-Schalter-Quest. Schein nach ihm. Hm. Ach so, da seh ich die jetzt auch. Zum Arm drücken heraus. Ja, schau, ich seh die. Bis neben mir. Ja, ich seh schon. Hier kannst du Arena-Quest sein und ich möchte die aus der ganzen Welt messen. Aha. Kann man mit dir handeln, nein oder so? Schau, jetzt hab ich den Charles seit irgendeinem Tür. Ja. Aber mir hast du ihn nicht oben. Und ich hätte irgendwas machen. Aber mir hab ihn oben und du hast ihn oben. Ja, ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nur bei mir, den Charles. So ist der Sujin wieder. Der muss hier Dings schicken, Alter, von meiner Gilde. So, du hast die Gilde. Ja, ha, ha, ha. Eine Gildenkarte. Also. Was heißt denn der? Sujin, Alter, der ist super. Der tut so, wenn er sie auskennen, der da oben, gell? Der Sujin ist da raus. Wo ist ein Quest-Schalter? Verfolgbare Quests. Der Fenster-Alterin. Willkommen. Du bist zurück. Ich war noch gar nicht da. Ich geh mal zum Ranchi und Chicago. Ein Dankeschön, Geschenk. Willkommen beim Arenaschalter. Wir haben heute eine besondere Quest. Große Fassbombe hab ich bekommen. Ey, die hab ich mal hergestellt gehabt. In der Gegend hier. Was? Was ist die Arena? Da sind Monster drin. Ja, schön. Es läuft einfach da ins Pult rein bei mir. Ja. Äh. Das ist das gleiche Ding. Neue Quest bekannt noch. Ah, was kann ich da noch? Arena Quest. Ist da der Rei Ichikawa drin? Tja. Bukai. Kuluyaku hab ich drin. Und Radain. Arena Quest. Arena Quest 1. Gucke Bucke. Arena Quest 2. Der Kuluyaku. Du musst beitreten da auch. Arena Quest. Ja. Ja, schon Spieler 2. Soll ich ihn mal machen? Ja, dann bin ich aber. Das ist der von Dings, ne? Gottvater. Können wir das eine jetzt haben? Na, die hat nur zu zweit. Kein 3 Player. Schade. Arena Quest. Ich mach eine neue Quest. Neue Quest. Okay. 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 So geht's. Da kann ich nur zwei Spieler rein. Okay. Passcode festlegen. Gut. Na. 5-5-5 Nase. So, dann musst du beitreten. West Arena Nuance. Ja, ja, what? Na, da. Ja. War ein Witz. Gell. Was ist das jetzt? Muss ich jetzt gegen die rufen? Na, gegen einen Bucke Bucke oder so. Aufbruch. Dann reizen wir einfach in die Arena. Ja, hab ich. Wähle deine Aus... Alter, was ist denn das? Alter. Warte. Ja, ich nehm das da. Ja. Was soll ich denn da nehmen? Ja, soll ich nicht. Meins ist ja gar nicht dabei, was ich spiel. Warte auf andere Spieler. Ja. Immer das Worten. Weil da hab ich gut ausgefasst, ne? Das wir auch kennen schon. Check ich gar nichts, Alter. Aber da siehst du... Ach, der hat auch die Kartache aus. Das ist... Alter, das ist... Jetzt hab ich das Riesenschwert da. Ja. Mit hinten rechts kannst du die Waffen wechseln. Das Morphen. Zum Sch... Zum Sch... Zuerst X, halt B, B, B und dann machst du... hinten RB, dann machst du einen Rundumschlag und dann wechselt dann zu den Dings nicht klingen. Und dann mit Doppel, halt Y, B gleichzeitig und dann stichst du den ein in deinen Dings. Boom, boom. Aber... Hast du verstanden, circa? Na. Ha, 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 ha. So, dann nochmal. Boxt das aus, ne? Das ist ja auch komplett, Alter. Du schaltest es hinten um, rechts. Ne? Hinten schaltest es rechts um. So, und dann tust du auf B, 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 ne? Paarmals. Und dann machst du einen Rundumschlag mit hinten rechts wieder halten. Dann hofft er wieder, selber. Dann hat er das Schwert. Und wenn es das Schwert noch leicht anfängt, stichst du ihn einfach ein in dieses Fisch. Und wenn es ein Schwertmodus ist, gibt es ein Combo, B, B und dann dreimal Y und dann wiederholen. Ja, das hilft mir viel jetzt. Ja, ich sag nicht, ne? Weil wir müssen da runter, ne? Ich kann nicht, ich check nicht einmal wie ich es umstelle, oder was? Hinten musst du es umstellen, die Waffen. Ja, ich drücke ja hinten, R, B, Alter. R, B ist Verwechseln nur. R, B kommt schon. Er hat mich schon gesehen. Komm nicht einmal oben? Ja, B. B, B, B. B, B. Au, B. Er hat ihn. Nein. Ah, jetzt hat er ein Gift, seine Kauter, ne? Was ist das für Schleim? Ja, eurer, wieso? 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 Modus ist und einfach B drucken. Und wenn du es dreimal geschlagen hast, mit B oder so, einfach hinten nochmal Dings ummorfen, dann macht er einen Rundumschlag und dann ist das Schwert. Und dann Y und B gleichzeitig drucken. Ich kann es einfach nicht. Hier hinten rechts. Ja, ich druck hinten rechts. Dann musst du schauen, da macht er ein Schwert-Modus. Und dann schaltet er nochmal um auf Axt-Modus. Wenn du es nochmal druckst. Bei den oberen, hinteren, rechten Druck steckt das Waffen weg. Und bei einem anderen Druck passiert einfach nichts. Ja, dann macht er nochmal Dings. Umschalten. Nein, da blockt er bei mir. Kann ich nicht blocken. Ja, block! Dann habe ich das andere. Dann habe ich nicht die Morph-Achse, nur das Groschwer. Kann es sein, ja. Ein Block da hinten, wenn ich draufkomme. Vielleicht hätte ich das noch besser können. Nein. Ja, super. Ich habe kein Problem. Oder ich bin da allein. Ja. Es ist nicht da ohne. Gerade. Ich habe gemerkt. Ich bin da fast schon zweimal gestorben. Amo fix. So. Das muss jetzt gehen. Wenn man da sein kann. Oder ich kann ja mit der Graswaffe spielen. So. Es ist so ewig langsam. Aber mal. Wieso ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was du für ein Ding hast jetzt? Ah ja, da ist sehr langsam. Bis du da was. Ja, ich kann mit einer rein. Wenn einer rein. Ich weiß nicht. Wo man nicht da ist. das schwanzer die schnaufplatte der putz klammer es ist ich bin ja ganz toll Schöne, dass er geht, oder? Man, Schuhe hauen tut er ja schön, Alter, wenn er ihn einmal hat. Nö. Aber... Man sollte halt den Combo herausfinden. Ja, der ist ein bisschen... sehr unbewegt. Das ist es, ja. Geh, jetzt dreht er sich ohne, das Kasperl. Verstehen einmal! Na, wir sind ja nieder. Jetzt habe ich schon das Schwanze. Soh... Und jetzt bin ich so gut. Woh! Wir sind schon da vorne, Alter. Ich habe den Schwanzei 100, Alter! Soh! Nein, nicht da. Ah, Megatank. Nein, 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 nein. Du dich, du dich, du dich. So. Das heißt, du solltest ja rein, oder? Nichts, was du da? Oh. Ich gehe da ins Kuss. Nein, aber der Hund ist so ewig langsamer, oder? Ja, bewegt dich da, Alter, ich weiß nicht. Ah, Alter, der hat mich jetzt richtig angespuckt da. Der hat ja eine Zunge, Alter. Fünf Kilometer Reichweite. Ja, ich bin ja irgendwann hin einmal, Alter. Ja, ich bin ja schon. Was ist denn jetzt los? Geh verpiss dich da drüben. Was müsste ja sein? Teleporter auch wieder. Wettstand, der wäre auch nicht schlecht, ne? Was ist denn da drüben? Was ist denn da drüben? Ja, das ist der drüben. Was ist denn da drüben? Ja. 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 Ja, und looten. So, ich habe viel Zeit zum Looten, Alter. Das ist ja gut, nicht. Was ist denn da drüben? Was ist denn da drüben? Oder ich habe einmal, ich meine, auch Looten zu können. Was, wenn ich hier alles in Ordnung habe? Und ja, wo ist das gefährlich? Nichts, nicht ganz gut, lass uns sagen. Ja, ich habe nochmal ein Report. Ich bin schon mal, ich bin schon mal. Hier bitte. Ich bin schon mal. Ich glaube, ich habe die Reaktoren vorher. Butschein? Aha. Ja. Schau weiter. Schau, betritt die Rehner rum ins Schaftzug. Ich lege euch gar nicht mehr hin, oder wenn das so weitergeht. Zum Aufnehmen habe ich nicht mehr Fugtzen gekippt. Ja, jetzt... Aieieie. Belohnung. Aber es ist schon ein bisschen deppert, dass ich nicht mehr ein Glas spülen kann. Nein. Setten wir den Questschalter. Ohne Schaftung, ja. Darf ich weiter? Ich habe genug Gleisen da jetzt. Ist keiner unten. Nein, warte mal. Wo ist denn das? Irgendwo richtig. Hä? Normalerweise muss ich da sein, oder? Den Schorter. Sorgungsdauer. Ich bin jetzt im Offline-Modus. Ach so. Schön. Nein. Ah, jetzt die ausgekauft. Okay. Ja, aber ich kann ja gar nicht... Ich finde ja keinen anderen. Deine Sitzung? Nein. Oder... Ich mache gerade. Ich mache gerade. Online-Sitzung. Suchen einfach, ne? Ja. Nach einer Online-Sitzung suchen. Immer suchen. Ach, Sitzungen von Freunden, schau ich mal. Ja, da ist keiner. Ja, dann Online-Sitzung. Ich kann gleich eine Stundenfolge machen. Über vier Stunden jetzt schon. Ja, das passt. Da habe ich Püllmaterial. Schaut, das hat wieder funktioniert. Bin ich wieder da. Ach, Suki. Ja, da bist du. Ich sehe dich gerade. Ja, ich komme schon. Was ist das? Am drücken. Schau. Komm weiter. Wie geht denn das jetzt? Ja. A, B. 3, 2, 1. Risiko. A, B. Zack. Ja, heller. Wie immer schnell in Final Fantasy Tama hat. Ja, das ist der. Ja, Alter. Rauki zucki. Bringt das hier in der Pause raus, oder? Ich weiß nicht. Zack. Keine Chance. Warte mal, vielleicht hast du ihn mit. Mach's hier in der Pause raus. Tja, ich kann 11. Ich bin gerade nicht lang. Ich weiß nicht, es kommt von Anfeuern. GF Anfeuern. Tja, Arge. Ja. Kein Meter! Ich werde es überklären bei Feinde, wenn ich sie achte, ne? GF am Vorhören. Ja, aber was kriegt man da? Gar nichts, ich weiß ja, vielleicht gibt es sich immer noch mal einen Rungenstoff, wenn du ein paar Mal gewonnen hast. Jetzt tue ich mal langsamer. Na? Kein Meter. Ich habe jetzt über ganz langsam gedruckt, jetzt einfach mal den Marspeed. Ich habe vorne gedruckt. Achso, du bist ja super. Was mit Anwagern. Da ist zum Aufgehen, ne? Ein Sprungpult von hinten. Ja, ja. Der Warmer G-Dong ist online, Alter. Er hat eine Quest bekannt gemacht. Ja, wollen wir schauen? Meiner jubelt noch immer. Ja. Ich sage nichts nicht. Einmal gewonnen und zängt. Was ist denn da jetzt? Ah. Er sei immer mehr. Also gut. Wirf mal einen Blick darauf. Ein Quest beitreten? Oder wir müssen da? Warte mal. Optional. Arena Quest, das wurde keine. Achso, das sind die Quests wieder. Die normalen. Beitreten. Aha, jetzt habe ich schon für die Höhe. Quests. Hm? Schaut, da ist der eine Monarki. Zwei Leute sind schon drin. Wo bei wen? Untersuchen. Oder wo war das drin? Keine Ahnung. Quest beitreten? Weiß ich nicht. Grippe ist wieder Option-Quest. Option-Quest. Achso, im Griff der Grippe. Ja, gut. Jetzt brauche ich es aber bei. Da sage ich nicht mehr dabei. Hm. Nein. Nein. Der Hund wurde jetzt schon wieder verlassen. Die Schnauze ist gut. Da gehe ich nochmal rein. Den willst du morgen noch? Aha. Ja. Noch eine Quest bekannt machen. Vielleicht. Nein. Herausforderung. Es ist keine Quest-Vertrieb geworden. Ja, ich habe gedacht, du musst dann. Arena Quest 3. Nein. Achso, da steht ja unten dabei, mit was du spülen kannst. Danke. Okay, ja mal probieren, weil da ist der so schön. Du hast ein schönes Haus für mich. Mhm. Vielleicht glaubst du ja jetzt. So. Die, 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 die. Die, die. Und auf, auf. Und auf, auf. Dann nehmen wir mal den ersten da. Was ist denn das? Ich probiere mal das zum Schießen. Ja. Ich probiere mal die Zwilling-Store hier aus. Munition. Ich würde ja gerne spülen, so kann ich das mal üben. Ehh... Teleporter, was soll ich denn? Ein Schlafmesser. Ah, gegen ein Guck. Gebratenes Fleisch. Gegen ein Guck-Guck. Schon wieder. Dämonen-Bulver, Leder-Bulver, was? Dämonen-Bulver. Ja. Muss mal schauen, wie er tut. Nix, meiner. Ja, dann haust du. So, ich geh mal hin. Die Böhm, da. So, ich mach so mein Ding. Ich schieße mal mit, ne? Hoppala. Das ist, wenn ich auf Flügel drücke. Ja, dann haust du. Alter, der gibt dir gar keine Ahnung. Mieter. Ist das die Musik vom Zahn? Ich weiß nicht. Der sollte aufsteigen. Auf meine Bombe. Ach so, der kann sich so ein Ding geben da, Alter. Der macht sich dann schneller und stärker. Schau, 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 schau. Ah, das ist ja geil, Alter. Noch schon. So. Hoppala, da bin ich hingefahren. Oh, Alter. Der gibt ja auch Burg aus. Lähmung, probieren wir Lähmung. Was ist das? Ja, der nach. Wach hin. Hoppala. Ich geh hingefahren. Jetzt hat er Schädel, wo ich meine. Ja, wie geht denn das noch laden? Ich würde gerne nachladen. Hä? Okay. Gift. Schlaf. B. Oh, Alter. Okay, mit dem kannst du zöhnen. Okay, mit dem kannst du zöhnen. Boah. Dann ist es nicht so schlecht, ne? Du kannst da. Schein auf dem Schäl. Okay, jetzt kannst du das schon geben, ne? Ja. So, wie die Waffen ist nicht so schlecht. Aber das mit dem Nachladen, das muss ich dann herausfinden, wie das funktioniert oder was da kommen muss. Und dann, wo wir die Waffen haben. Boah, ho, ho, ho. Ey, ey, ey. Schäle auf dem Schädel, Headshots. Was ist das denn? Ich will mir auch den Hemdsteil ein, dass er nicht beharrt ist. Was kommt denn? Wow, das geht schon voll auf den Steil. Sollst du jetzt nicht runterklingen oder was? Ja! Oh, lecker Ei. Oh, noch mal her, da. Jawohl! Da liegt er. Oh Gott, da wird er abgeht bis zu dir. Aber die Zeit, dass er zum Looten ist, ist ein bisschen scheiße. Wahrscheinlich so ist das denn, du Arme, oder? Mach schon ein zweites Mal, geht schon. Ja, geht sich kaum aus. Kriegst du ja nur zuerst die Rufet-Things, oder? B. Neuer Rekord. Koko-Münze. Spitzen-Münze. Also es sind komischen Münzen. Ja. Bratenes Steak, Stahleie. Wertobjekt. Ein Ei kostbar und selten, aber für Eger-Nuss ist was verkauft. Okay. Kannst du verkaufen die Münzen, aber umschätzbar und wertvoll. Kolo-Münze, Kolo-Münze, Spitzen-Münze, oder? Okay. Den finden wir jetzt schon. So, und wo können die Münzen eintauschen dann, oder so? Wahrscheinlich gar nicht. Scheiße. Der ist schon ein wilde Glas, oder ein schlechtes. Der geht schon schön, aber der muss, glaube ich, auch gut spülen können. Der hat nämlich gar keinen so Spezialangriff, so wie meins, und der hat immer so einen Angriffs-Boost. Ne? Seine normalen Angriffe werden verstärkt, das musst du wahrscheinlich immer hoch haben. Ja, kriegt schon Gas, oder? Ja, ich weiß gar nicht, was für Munition, oder irgendwas, keine Ahnung. Ist jetzt was Neues dazukommen, oder? Hm. Willkommen, willkommen. Ich glaube nicht. Willkommen. Ich weiß nicht, ob ich so. Nein, das war mir nicht die ersten zwei. Ich hab da noch vier. Du hast ja ein bisschen höher als ich. Ach nein, da bin ich da. Hi. Hm? Arena Quest 3. Hast du keine? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Obwohl ich es nicht hab, kann ich das nicht. Okay. Du weißt. Wohl hab du es nicht. Nehmen wir ab. Ich weiß gar nicht, was für Waffentypen, okay. Pflanzen. Das ist der mit dem Kescher da, ne? Da sind die Wülpenfächer jetzt, oder? Nein, da was ist es? Ich weiß gar nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich der mit dem Sektenhaar, oder? Pulsarschläger 3. Hartknochenstab. Pulsarschläger. Ich nehme mal den Hartknochenstab, ja. Was ist denn das da? Der Lanzentyp schaut da nicht so schlecht aus, glaube ich. Oder den Hartknochen. Hartknochen. Donnerlanze, ja. Ich weiß nicht, dass ich die Ausrüstung da kombinieren. Hm? Wahrscheinlich ist ja das der Schmäh dran, dass der sich nicht kombinieren müsste. Und heute ist das Schuld. Blocken. Also durchaus nicht arbeiten, okay. So. Was ist das Y? Einfach zuhauen. Gegen was kämpfen? Ja, Alter. Haben wir was Gutes ausgesucht? Achso, ja. Die Bibel. Okay. Ich bin denk, gell? Dass ich dann... Ich denk einmal, ich denk. Ich bin gleich hin. Ja. Den muss ich mal gegen Gift schlucken. Ist da irgendwas losgeschickt? Eine Fassbombe. Ich bin da. Super. Das läuft, Alter. Das läuft. Das ist eh klasse. Der Tank ist schon mal weg. Ja. Ich muss mal schauen. Ich hab da so Fässer da. Ich hab da schon Fässer da. Ich hab da schon Fässer da. Da bist du ja da. Lähmung. Bei mir stehen da eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, was das da ist. Wie ein Fässer da. Ich hab da irgendein Insekten ausgeschickt. Die fliehen da jetzt im Kreis. Begeh mir mal. Schau. Schau wie geil. Ich hab Schocken eben. Warte mal. Ich muss da schauen. Gibt auch was. Ich hab jetzt schon. Auwe. Ich bin ein super Ding da. Du musst mal die Tasten lernen da. Okay. Auwe. Ganz ruhig. Ja, super. Ich mein, Alter. Wenn ich mich nicht bewegen kann, ist das... Scheiße. Scheiß dich an. Sind die Fassel schon hochgel? Oh, mega Trank. Ja. Ich steh dir noch hier. Kitzel, kitzel. Ich meine, ich bin da passiert hier. Ja genau, das hast du so getoffen! Ja, Schuld ist nicht schlecht, sag ich mal nicht. Blockchain! Ja! Die Insekten sind geil, oder? Die gehen ihm da! Langsam bin ich da nicht. Komm her da! An Insekten greifen wir mal, oder? Das war das Kauschowus. Hallo! Wir haben da gebraten, ein Mist. Nein. Ah, jetzt ist er gerade. Jetzt ist er eigentlich nur da oben hier. So! Ja, was ist da? Ich weiß nicht. Das ist kein Schlimmhofer oder so. Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Ey, ganz richtiger! Ey! Das ist ja mein Lieblingspick! Wo ist er? Was ist denn das? Ich weiß nicht, das war nicht so Bandino, oder? Das ist etwas anderes, gell? Wir brauchen keinen neuen Rekord, glaube ich. Ich bin froh, wenn es mich überhaupt durchkommen wird. Ich kann mir nicht mal ausweichen, oder holen. Nachdem sagt man sich ja ausverschritt. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Aber der macht jetzt so viel Schaden mit seinem Schwer. Nein. Hochzucht, Leute. Und hat er da jetzt bestellt. Ja, 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 ja. Woppa, da bin ich hingefallen. Jetzt wird ja im Acker die Insekten, oder? Da wirst du... Hat da was fallen lassen? Ja, so frech gehabt. Ja, wahrscheinlich. Ja, so frech gehabt. Wann ich hab's nicht gestichten? Genau. Meiner, ich drehen mir nicht einmal. Das heißt, mit dem Anvisieren ist so behindert. Ohnmächtig. Ich hab gerade wohl geschaut. Ja, ein bisschen sperrig ist ja klar. schon. Blitzkapseln, die werden wir einziehen. So. Hoppela. Lauf. So. 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 war noch leicht ich hab nix mehr ja verteidigung das macht mir nix es ist also unbewegliche klasse hoppen da komm hier da mit dem land mit dem mit dem spätigen muster war kämpft Nein. Owe, wird's hingepackt. Oh, gleich mit dir ein Glas, Alter. Und dann das... Nein. Und das da mega Dämonenmittel. Jetzt zieh ich mir das mal rein. Hoppala! Da haben wir nix zum saufen. Mega Trank. So. Du musst nur den Gehrenze. Hey, das ist ein Viecher. Ja, das stimmt. Nein. Komm her. Hoppala! Jetzt hat er mich wieder. Oh, oh. Das ist jetzt ganz schlecht. Jetzt brauche ich ihn schon gekriegt. Ohnmächtig. Das ist jetzt aber komisch. Ja, ob das was wird. Ja. Ja. Dämonen dran gezogen. Ja, Alter. Was hat er denn jetzt? Ja, das werde ich sicherlich... Die Lanze durchschleifen. Ich brauche nicht einen Spitzer dafür, oder? Ja. Ja, danke. Das brauche ich gar nicht weiter probieren. Dann landet ihn. Der macht ja keinen Schaden. Nein, nicht so bis ich krieg's nicht hin. Ja. Was? Was? Über mich. Nö. Der lässt sich auf. Hahaha. Ich verstehe. Das ist sehr schön. Ich habe mir so ein Ding angehoben. Ah, aber das passt nicht. Ja. Pass auf. Das ist scheiße. Dann wird sich jemand fragen. He 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 he. Jetzt ist die Hälfte. Tja, fahrene. Ich habe ihn gerade... Schaue mich, bin ich ruhig gehalten. Das ist super, nicht? Ja, weißt du. Der Papp ist eh wie viel zur Lange. Na, wo? Links. Abgeschlossen. Was? Ja. Dann hätte ich nicht mehr lange gehabt vielleicht. Super. Weil sie wurscht. Okay, was? Von Radian. Radian war das. Die erste Hilfe habe ich gekriegt. Die erste Hilfe. Ja, ich weiß gar nicht. So sieht es aus. Zweimal. Du bist ja schon hell draußen. Ja, deswegen werde ich mich dann einmal hinlegen. Wunderschön. Ja, passt das? Ja. Jetzt sind wir raus, ne? Ja, ich sage einmal gute Nacht. Gute Nacht. Egal, wir sind raus, ne? Auf Wiedersehen.